Wenn ich dich jetzt frage, was so die größten Stärken deines Unternehmens sind, wie würdest du das zusammenfassen? Ja, das sind ganz eindeutig meine Mitarbeiter. Die Stärke meines Unternehmens, das ist die absolute Zuverlässigkeit von all meinen Mitarbeitern bis hin zum Büro. Und wenn ich dich dann noch fragen würde, was würdest du, wenn du jetzt nochmal neu anfangen müsstest, was würdest du denn anders machen oder würdest du was anders machen? Ich würde nichts ändern. So, und dann würde ich dich als letztes noch fragen, was ist denn das, was dich treibt, das zu tun, was du tust? Ja, es sind hauptsächlich die Geschichten meiner Kunden. Ich habe sehr, sehr viele Geschichten und die Geschichten meiner Mitarbeiter und wenn sich diese Geschichten dann treffen, dann entstehen wunderbare Gärten, wenn die sich verstehen. Und das ist schon ganz schön.